Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medien.Familie. Mein Name ist Kerstin Butenhoff und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Unser Thema heute lautet Mein Smartphone von Alltagshelfer bis Zeitfresser. Und ich glaube, das ist ein Thema, mit dem sich viele identifizieren können. Denn abwechselnd vermissen und verfluchen wir es, wenn wir es gerade nicht in der Hand haben. Oft genug wissen wir aber auch, dass es uns hilft, dass es unser Leben einfacher macht. Und dass wir umgekehrt manchmal aber auch das Gefühl haben, wenn wir es nicht hätten, würde es uns vielleicht auch besser gehen. All diese Themen möchte ich heute einmal aufgreifen. Dabei soll es mir heute um die ganz praktischen Seiten des Telefons gehen. Und natürlich auch um Sicherheitseinstellungen und kleine Kniffe und Tricks. Damit Sie mir dabei folgen können, habe ich Ihnen wieder Folien zur Verfügung gestellt. Den Link dazu finden Sie. Sie werden dort zu einer Canva-Seite weitergeleitet, auf der ich meine Präsentation erstellt habe. Und immer wenn Sie dieses Geräusch hören, wissen Sie, dass Sie eine Seite weiterblättern können. Und noch ein Tipp, Sie müssen nicht mitschreiben oder sich irgendwelche Sachen notieren. Als allerletzte Folie erhalten Sie ebenfalls einen Link, in diesem Falle zu einer Materialsammlung. Die ist auf einer externen Webseite namens Waglet hinterlegt. Und hier habe ich alle die Infos, die in irgendeiner Form auch im Vortrag vorkommen, noch einmal für Sie zusammengefasst. In den meisten Fällen sind das dann also Links zu weiteren Webseiten, zu Zeitungsartikeln oder Ähnlichem, rund um die Themen, die ich heute in meinem Vortrag hier bespreche. Hören Sie also ganz entspannt zu. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wer spricht hier eigentlich? Mein Name ist Kerstin Butenhoff. Ich bin seit 2018 zertifizierte Eltern-Medien-Beraterin des Landes Brandenburg. Damit habe ich mich auch als Digital-Coach selbstständig gemacht und berate zu diversen Themen rund um sichere Internetnutzung. Dabei stehen, klar als Eltern-Medien-Beraterin, die Familien im Vordergrund. Was also kann man in der Familie tun, damit sich Kinder sicher im Netz bewegen können? Wie kann man sie da sicher begleiten? Wie kann man gemeinsam die ersten Schritte unternehmen? Parallel dazu bin ich seit 1996 Journalistin, Mutter zweier Teenager und immer wieder neugierig, was es gerade für aktuelle Entwicklungen im Internet oder in den sozialen Medien gibt. Ich finde es tatsächlich total spannend, was für kleine Taschencomputer wir inzwischen in den Hosentaschen einfach so mit uns herumtragen. Hier haben wir eine unfassbare technische Entwicklung durchgemacht. Wenn wir uns die ersten Geräte anschauen, die sind aus dem Beginn der 90er Jahre, ja, des vergangenen Jahrhunderts, aber es sind ja auch erst 30 Jahre her, bis heute. Interessant finde ich immer wieder, wie sich die Größen verändert haben. Wie es eine Zeit lang wahnsinnig wichtig war, dass die Geräte immer kleiner wurden und jetzt die Größe des Displays wieder zunehmt und wir plötzlich immer größere Geräte wieder in der Tasche haben. Wobei sich ja auch hier neue Entwicklungen auftun, die ersten faltbaren und demnächst eventuell sogar die ersten rollbaren Geräte auf den Markt kommen sollen. Und das alles, wie gesagt, innerhalb der letzten 30 Jahre. Bis heute. Interessant auch, wie sich die Absatzzahlen entwickelt haben. Hier haben wir eine Statistik von Bitkom, die uns ausweist, dass der Höhepunkt etwa 2015 waren, wo im gesamten Jahr etwa 26 Millionen Smartphones verkauft wurden. Im Moment pegelt sich das offenbar bei etwa 22 Millionen Stück ein. Das heißt, etwa jeder vierte Bundesbürger kauft sich im Jahr ein neues Handy. Und damit sind Smartphones genannt. Nicht irgendwelche Tastenhandys, die Kinder eventuell bekommen oder bei denen Senioren sagen, oh, das ist für mich völlig ausreichend, sondern Smartphones. Bis heute. Spannend auch, was im wahrsten Sinne des Wortes drinsteckt im Telefon. Denn das sind über 60 verschiedene Rohstoffe. Allein 56 Prozent, also etwas über die Hälfte unseres Telefons, machen Kunststoffe aus. Und parallel dazu werden noch etwa 30 verschiedene Metalle verarbeitet in den Telefonen. Etwa ein Prozent dieser Metalle sind Silber, Gold, Palladium, Platin, sogenannte seltene Metalle wie Kobalt, Gallium oder Iridium und seltene Erden. Dazu gehört zum Beispiel Neodym. Und auch bei der Anzeige der Smartphones gibt es Unterschiede. Es gibt LCD-Displays, die über Flüssigkristalle funktionieren und AMO-LED-Displays, die über kleine sozusagen Leuchtdioden funktionieren. Und die Touchscreens, die funktionieren nicht etwa über Druck. Es bringt also nichts besonders doll auf, ein Display einzudrücken oder einzutippen, sondern sie funktionieren über Leitfähigkeit. Dafür brauchen wir zum Beispiel den Finger, die Fingerkuppe, die ja immer etwas ganz leicht feucht ist oder zumindest leicht fettig. Und darüber wird dann sozusagen ein Stromkreis aufgebaut und darüber wird der Display angetippt. Das kann jeder bestätigen, der schon mal im Winter mit Handschuhen versucht hat, sein Telefon zu entsparren oder ähnliches. Das funktioniert so lange nicht, bis die Handschuhe nicht nass sind. Oder die Fingerspitzen auch so mit kleinen, leitfähigen Metallfäden beispielsweise durchwirkt sind. Bis heute. Und seit wann beschäftigt uns das Ganze? Das ist noch gar nicht so lange her. Erst 2007 sind die ersten iPhones auf den Markt gekommen, parallel mit dem Amazon Kindle. 2008 kamen dann die ersten Android-Smartphones dazu als Alternativen zum iPhone. Erst seit zwölf Jahren, nämlich seit 2010, gibt es die ersten iPads. Und auch hier ist dann 2011 die Android-Konkurrenz nachgezogen und hat die ersten Android-Tablets auf den Markt gebracht. Das sind also alles relativ neue Entwicklungen. Wir haben diese Geräte noch gar nicht so lange. Wir können also noch gar nicht so lange damit üben, umzugehen. Und natürlich gibt es auch hier ständig neue Entwicklungen. Es gibt neue Produkte, neue Apps, neue Fähigkeiten, die diese Geräte haben. All das lernen wir sozusagen auch erst seit wenigen Jahren. Das ist insofern ganz spannend, als dass wir ja Kinder großziehen, die damit aufwachsen und denen einen sicheren Umgang damit beibringen sollen, während wir selbst ja erst lernen, damit vernünftig umzugehen. Bis heute. Und was machen wir eigentlich mit dem Smartphone in unserer Hosentasche? Ganz oft Wissen suchen. Schnelle Informationen abrufen, schnelle kleine Wissenshäppchen nachfragen. Und das müssen gar keine großen Sachen sein. Man will nicht dauernd wissen, wann brach die französische Revolution aus oder wie hoch ist der älteste Baum der Erde. Vielmehr geht es ganz oft um Kleinigkeiten. Wann fährt der nächste Bus? Wie lange hat der Bäcker um die Ecke noch offen? Und wo bekomme ich Kinokarten für den neuesten Blockbuster? Bis heute. Eine Firma namens Ad Alliance wollte das mal ganz genau wissen und hat 2021 gefragt, nach welchen Informationen suchen sie täglich auf dem Smartphone? Und da kam dann raus, dass 70 Prozent der Menschen wissen wollen, wie ist das Wetter? Immerhin 48 Prozent interessieren sich für soziale Netzwerke. 41 Prozent der Nutzenden suchen täglich nach regionalen Nachrichten. Und immerhin 36 Prozent machen dann tatsächlich genau diese Wissens- und Informationsrecherchen, die ich eben angesprochen habe. Aber auch Musikstreaming oder Videospiele werden von 24 beziehungsweise 25 Prozent der Nutzenden täglich gesucht. Stars und Sternchen interessieren nur etwa 8 Prozent der Nutzenden Kochrezepte, Preisvergleiche und Informationen rund um Familie und Kinder werden von etwa 7 Prozent der Nutzenden gesucht. Und beispielsweise Hinweise zu Veranstaltungen oder wie man dafür Tickets bekommt, wollen etwa 4 Prozent der Nutzenden am Smartphone haben. Bis heute. Eine weitere spannende Entwicklung in der Nutzung von Smartphones ist die Zunahme von Sprachassistenten, also meistens dann Google, Siri oder Co., die dann antworten, wenn man sie sprachlich nach Informationen befragt. Und hier haben wir eine Entwicklung, die ich ganz spannend finde, vor allen Dingen ganz junge Menschen nutzen diese Funktion am häufigsten. Und zwar jeder zweite von ihnen sagt, na klar nutze ich Sprachassistenten und tippe Fragen nicht mehr ein. Unter den 25- bis 34-Jährigen ist es dann etwa noch jeder Dritte. Diese Zahlen setzen sich fort bis etwa 55 Jahre und ab da sagt nur noch etwa jeder Fünfte, ja, ich nutze Sprachassistenten. Am wenigsten wird diese Funktion von Senioren genutzt, da sagen nur 13 Prozent, ja, ist eine tolle Funktion, die benutze ich gern. Bis heute. Was wir auf unseren Smartphones natürlich am häufigsten nutzen, sind Apps. Im Endeffekt ist das eigentlich nur eine Abkürzung für einen englischen Begriff, nämlich Application. Und das bedeutet nichts anderes als beispielsweise Programme oder kleine Anwendungen. Wir gehen also schlicht und ergreifend mit kleinen Programmen ins Netz. Bis heute. Dementsprechend gibt es natürlich auch sehr viele. Im Google Play Store, sozusagen in der zentralen Anlaufstelle für Apps für Android-Geräte, gibt es dreieinhalb Millionen Apps, die man sich hier herunterladen kann. Im Apple Store sind es immerhin noch über 2,2 Millionen und im Amazon App Store sind 460.000 Apps hinterlegt, die man sich herunterladen und mit denen man sich sozusagen sein Gerät personalisieren kann. Denn nichts anderes ist das schließlich, man lädt sich die Apps herunter, die man braucht. Man installiert nur jene Anwendungen, die wirklich benötigt werden. Beziehungsweise, ja gut, nicht immer die, die benötigt werden, sondern die, auf die man Lust hat. Bis heute. Ich glaube, das hatte ich schon erwähnt. App ist eigentlich nur die Abkürzung für den englischen Begriff Application, was so viel heißt wie Anwendung oder Programm. Diese Apps sind immer Erweiterungen für Smartphones. Sie bieten also immer zusätzliche Funktionen an. Alles Grundlegende, sodass das Telefon gut und sicher funktionieren kann, ist immer schon im Betriebssystem hinterlegt. Wenn Ihnen eine App also sagt, Sie müssen sie installieren, weil nur dann dieses und jenes gut und sicher funktioniert, ist das definitiv übertrieben und ein Werbeversprecher. Unterschieden wird noch zwischen Gratis-Apps und kostenpflichtigen Apps, wobei auch bei Gratis-Apps oft auch später noch Kosten entstehen können. Beispielsweise bei Spielen, die man als sogenanntes Free-to-Play, also kostenlos zum Spielen herunterladen kann, dann aber in den Spielen selbst noch Geld kaufen kann, Münzen kaufen kann, zusätzliche Erweiterungen oder erweiterte Level freischalten kann, indem man sie kauft. Am sichersten ist es auf jeden Fall, wenn man Apps nur aus den offiziellen App-Stores herunterlädt. Es gibt aber auch Alternativen von beispielsweise Datenschützern, die für Android-Geräte den sogenannten F-Droid-Store betreiben, in dem besonders datensparsame Apps zur Verfügung stehen, beziehungsweise Apps, die auf der sogenannten Open-Source-Basis funktionieren. Sprich, der Code ist frei verfügbar. Es kann also jeder, der sich dafür interessiert, hineinschauen, ihn eventuell auch verändern, anpassen, verbessern. Das soll verhindern, dass hier Betrug betrieben wird und beispielsweise... ... ... ... ... ...